So haben Viren garantiert keine Chance. Wie man sich am besten gegen eine Erkältung schützt? Wir haben Tipps, wie Sie gesund durch Herbst und Winter kommen. Hände waschen. Infektionserreger werden hauptsächlich durch den Kontakt mit den Händen übertragen. Achten Sie darauf, sich konsequent die Hände mit Seife zu waschen. Mundnasenschutz tragen. Mit dem Tragen einer Maske reduzieren Sie die Übertragung von virenbelasteten Speicheltröpfchen. Außerdem kann es hilfreich sein, größere Menschenansammlungen zu meiden. Niesen in die Armbeuge. Wenn Sie besonders umsichtig sein wollen, dann sollten Sie zukünftig in Ihre Armbeuge niesen. Denn, durch das mechanische Auffangen der freigesetzten Sekrettropfen, schützen Sie effektiv Ihre Mitmenschen vor Krankheitserregern.